Parteichef Lebrun trifft den Papst und fragt, was ist der Unterschied zwischen Erscheinung und Wunder? Also, Erscheinung ist, wenn Karl Marx plötzlich da wäre und Wunder wäre, wenn er sich nicht gerade da feigen würde. Die SP hat immer Lösungen anzubieten. Sie passen einfach nicht zum Problem. McDonalds hat zum Jubiläum der sozialdemokratischen Partei ein Spezialmenü herausgebracht. Das funktioniert so, du gehst an die Kasse, kannst bestellen, was auch immer du willst, und dann hinter dir zahlt es. Was ist grösser als Ignazio Cassis seine Ahnungslosigkeit im EU-Dossier? Christian Levera seine Anzüge. Was ist länger als der Ausstieg von Grossbritannien aus der EU? Christian Levera seine Anzüge. Martin Landold trifft Alain Berset in der Wandelhalle. Da fragt Martin Landold, was haben Sie gesagt zu der Rentenreform? Alain Berset nichts. Landold, das ist mir schon klar, aber wie haben Sie es formuliert? Was ist der Unterschied zwischen einer SP-Versammlung und einem Lehrerkonvent? Bei der SP hat es mehr Lehrer. Einer. 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 Ein clevererеля! Einer. Einer. Vielen Dank.